Herzlich willkommen beim Training für Prozessinstrumentierung. Mein Name ist Dieter Haas. In diesem Tutorial befassen wir uns mit dem Drucktransmitter C-Trans P320P420 in SIL-Ausführung. SIL steht für Safety Integrity Level. Der C-Trans P320P420 ist entwickelt nach IEC 61508 Standards für SIL 2-3. Für die SIL-Inbetriebnahme haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen die SIL-Inbetriebnahme und Validierung zentral, zum Beispiel aus der Warte oder vor Ort Bedienung am Gerät. Wir werden bei einem SIL-Gerät die funktionale Sicherheit über das Display via Tasten aktivieren und deaktivieren. Wir zeigen Ihnen, welche Parameter kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden müssen. Des Weiteren werden wir die Quittierung eines sicherheitsrelevanten Fehlers durchführen. Dann betrachten wir den Parameter 36 Überlastverhalten. Er definiert die Reaktion des Gerätes, wenn der Messbereich des Sensors überschritten wird. Dies gilt für Unterdruck sowie Überdruck. Für dieses Tutorial verwenden wir einen C-Trans P420 Differenzdruckmessungsformer in SIL-Ausführung mit der 5-Bar-Messzelle. Die Einstellung eines C-Trans P320 ist identisch. Der verwendete Druckmessungsformer hat die Firmware 1.01. Wenn Sie das Tutorial mit einem C-Trans P320 P420 selbst durchführen wollen, benötigen Sie unbedingt ein SIL-Gerät, da Ihnen ansonsten die SIL-Parameter nicht zur Verfügung stehen. Woran erkennen wir, dass der Drucktransmitter ein SIL-Gerät ist? Am Tübschild muss im Bestellcode 1C20 enthalten sein. Auf dem Tübschild ist auch der Firmware-Stand FW zu sehen. Im folgenden Abschnitt führen wir Grundeinstellungen der Parameter durch bzw. haben diese schon voreingestellt. Wenn Ihnen diese Grundeinstellungen nicht geläufig sind, empfehlen wir das Basic-Tutorial oder Handbuch. Zugriff auf das Handbuch haben Sie via QR-Code oder PR-Lifecycle-Portal. Bereits voreingestellt haben wir den Parameter 01, Pressure Units, Druckeinheit, Millibar. Die nun folgenden Parameter werden in SIL als sicherheitsrelevante Parameter bezeichnet und müssen überprüft werden. Voreingestellt haben wir auch Parameter 02, Lower Range, minus 500 Millibar. Dies entspricht den 4 Milliampere sowie den Parameter 03, Upper Range, plus 4500 Millibar. Die eingestellten Werte für den Lower Range und Upper Range müssen entsprechend der Zielanforderungen innerhalb der unteren und oberen Messgrenze liegen. Bei den folgenden Parametern haben wir in diesem Tutorial die Werkseinstellung nicht verändert. Parameter 04, Damping. Dämpfungswert ist in den Werkseinstellungen 2 Sekunden. Parameter 05, Application, Applikationsparameter, Pressure. Bei SIL-Anwendungen können neben dem Druck auch erlaubte Füllstandanwendungen und Durchflussanwendungen eingestellt werden. Parameter 14, Saturation High, obere Sättigungsgrenze 20,5 Milliampere. Dieser Wert kann zwischen 20 Milliampere und oberen Fehlerstrom eingestellt werden. Der Standardwert ist 20,5 Milliampere. Diesen Wert behalten wir in unserem Tutorial bei. Ein Beispiel für eine Erhöhung des Wertes wäre, man möchte das Messsignal im Leitsystem auswerten, um eine Überlast zu erkennen. Bei einer höheren eingestellten Sättigungsgrenze folgt der Stromwert bis zum eingestellten Wert. Nun sind wir in Parameter 36. Um den unterschiedlichen Sicherheitsphilosophien unserer Kunden gerecht zu werden, kann mit dem Parameter 36, Overlock Behavior, das Überlastverhalten, ausgewählt werden. Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob bei Unterschreitung des unteren Endes des Messbereichs, LAL, oder einer Überschreitung des oberen Endes des Messbereichs, UAL, im SIL-Modus ein Alarm oder lediglich eine Warnung ausgelöst wird. LAL und UAL definieren die Grenzen der zulässigen Messspanne der Messzelle. Die Werkseinstellung für Parameter 36, Überlastverhalten, ist ALARM. Das bedeutet, der Messumformer geht bei einer Abweichung um mehr als 10% einen Fehlerstrom kleiner gleich 3,55 mA aus. Dieser Fehler muss quitiert werden. Ist ein solches Verhalten nicht gewünscht, wie zum Beispiel bei einer Kaskadenmessung, kann das Gerät von ALARM auf Warnung umgestellt werden. Dann wird kein Fehlerstrom ausgegeben, sondern das Stromsignal verbleibt in der Stromsättigung. Wenn der Druck in die Messbereichsgrenzen zurückkehrt, wird wieder der Strom entsprechend dem Druckwert ausgegeben. Die Umschaltung von ALARM auf Warnung hat einen Einfluss auf die SIL-Kennzahlen. Details finden Sie hierzu in der SIL-Konformitätserklärung. Die Kennwerte sind aber in beiden Fällen geeignet für einen Betrieb in einer SIL-2-Anwendung bzw. SIL-3-Anwendung bei redundanter Konfiguration. Zum Beispiel mit der SFF, Safe Failure Fraction über 90%. Beispiel für eine Kaskadenmessung. Wir haben die 5-Bar-Differenzdruckmesszelle mit einem statischen Nähndruck von 160 Bar und einer zulässigen Messspanne von 5000 mB. Der Kunde arbeitet bei einem statischen Druck von 0 Bar. Der Druck liegt normalerweise zwischen minus 500 mB und plus 4500 mB. Hin und wieder wird im Prozess auch ein Druck von 110 Bar erforderlich. Dieser Druckwert kann mit dem 5-Bar-Messumformer nicht gemessen werden. Hierfür ist ein zusätzlicher Messumformer nötig. Befindet sich nun der Drucktransmitter im SIL-Mode in der Einstellung Alarm, wurde der Gerätemodus sicherheitsrelevanter Fehler aktiviert. Das Stromausgangssignal entspricht dem Fehlerstrom kleiner gleich 3,55 mA und die Diagnosemeldung wird angezeigt. Dieser sicherheitsrelevante Fehler muss quittiert werden. Ist in Parameter 36 Overload Behavior Warning eingestellt, gibt das Gerät bei 110 Bar den eingestellten Sättigungsstrom aus. Der Standardwert, wie schon besprochen, sind 20,5 mA. Dieses Verhalten werden wir Ihnen später zeigen. Nachdem wir die Einstellung der sicherheitsrelevanten Parameter geprüft haben, führen wir die Aktivierung der funktionalen Sicherheit durch. Im Handbuch befindet sich eine Checkliste, womit Sie die Schritte für die Aktivierung der funktionalen Sicherheit dokumentieren können. Um in den SIL-Modus zu gelangen, muss die Benutzer-PIN aktiviert sein. Die Benutzer-PIN erfüllt die Funktion eines Schreibschutzes. Die Messwerte und Parameterwerte sind nur lesbar. Um einen Parameter zu ändern und die Gerätefunktion zu bedienen, ist die Eingabe der Benutzer-PIN erforderlich. Werkseitig ist die Benutzer-PIN 2457 eingestellt und deaktiviert. Wird eine andere Benutzer-PIN vergeben und diese Benutzer-PIN ist nicht mehr bekannt, erhalten Sie über den Support eine gerätespezifische PUC-PIN-Unlock-Key. Im Parameter 27, User-PIN, können wir die Benutzer-PIN aktivieren. Wir drücken die rechte Pfeiltaste. Wir sehen User-PIN ON für zwei Sekunden. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Einstellungen zu ändern, ohne bei jedem Parameter die PIN neu einzugeben, wird der Schreibschutz erst nach 10 Minuten aktiviert. Nach 10 Minuten bzw. nach einem Geräte-Neustart ist dann für Parameteränderungen die Eingabe der Benutzer-PIN über die Tasten erforderlich. In diesem Tutorial ändern wir die Benutzer-PIN. Hierfür gehen wir in den Parameter 24. Change User-PIN. Benutzer-PIN ändern. Wir drücken die rechte Pfeiltaste und es erscheint der Text New-PIN. Der Cursor sowie das Symbol Edit blinkt. Mit den Pfeiltasten hoch-runter kann die gewünschte Zahl eingestellt werden. Mit Druck auf die rechte Pfeiltaste geht der Cursor eine Stelle weiter nach rechts. Es ist ein Wert zwischen 1 und 65.535 möglich. Wenn Sie nur den Wert 1 einstellen, dann müssen Sie mehrfach die rechte Pfeiltaste drücken, um alle 5 Stellen durchzugehen. Im Beispiel stellen wir die Benutzer-PIN auf den Wert 1, 9, 0, 0, 0. Drückt ich die Pfeiltaste hoch oder runter, erscheint die 0. Ich drücke die Pfeiltaste hoch. 0. Pfeiltaste hoch. 1. Pfeiltaste rechts. Nächste Stelle. Pfeiltaste runter. 0. Pfeiltaste runter. 9. Pfeiltaste rechts. Nächste Stelle. Pfeiltaste runter. 0. Pfeiltaste rechts. Nächste Stelle. Pfeiltaste runter. 0. Pfeiltaste rechts. Nächste Stelle. Pfeiltaste runter. 0. Pfeiltaste rechts. Nun befinden wir im Fenster Repeat-PIN. Ich muss den PIN erneut eingeben. Pfeiltaste rechts. Change User PIN completed. Die PIN Änderung wurde angenommen. Falls die beiden Benutzer PINs nicht übereinstimmen, erscheint die Meldung Failed, Fail geschlagen. Wiederholen Sie dann die Benutzer PIN Eingabe. Die sicherheitsrelevanten Parameter 0,2 Lower Range Messanfang, 0,3 Upper Range Messende, 0,4 Damping Dämpfungswert, 0,5 Application Anwendungsparameter, 14 Saturation High, obere Sättigungsgrenze, sowie 36 Overload Behavior Überlastverhalten haben wir zuvor eingestellt und überprüft. Mit dem Parameter 28 können Sie sehen, in welchem Betriebsmodus sich das Gerät befindet. Zum Beispiel wird STD angezeigt, wenn SIL inaktiv ist. Im Parameter 29, Functional Safety, können wir über den Assistenten die funktionale Sicherheit aktivieren. Anbei sehen Sie das Flussdiagramm. Hierfür gibt es drei Vorgehensweisen, je nach Ihren betrieblichen Erfordernissen. In diesem sehen Sie die einzelnen Schritte, die wir gleich am Gerät durchführen werden. Es gibt drei Möglichkeiten, den SIL-Modus zu aktivieren. Diese drei bauen aufeinander auf. Nummer 3. Aktivieren der funktionalen Sicherheit ohne Validierung, auch bekannt unter One-Click-to-SIL. Nummer 2. Aktivieren der funktionalen Sicherheit nach Validierung, sicherheitsrelevanter Parameter und ohne Validierung der Sicherheitsfunktion. Nummer 1. Aktivieren der funktionalen Sicherheit nach Validierung sicherheitsrelevender Parameter und Sicherheitsfunktion. Dies ist die empfohlene Variante. Im Parameter 29 starten wir den Assistent für die Aktivierung der funktionalen Sicherheit durch Drücken der rechten Pfeiltaste. Nun läuft automatisch der Display-Test und wir prüfen, ob die Zahlen, Texte und Symbole korrekt angezeigt werden. Ist der Display-Test abgeschlossen, bietet das Gerät die Auswahl Enable oder Valid. Wird Enable gewählt und die rechte Pfeiltaste einmal gedrückt, ist die funktionale Sicherheit aktiviert. Anzeige ist Function Safety Valid. Dies entspricht Punkt 3. Aktivieren der funktionalen Sicherheit ohne Validierung. Besser ist die Auswahl Valid. Sie entspricht Nummer 2. Aktivieren der funktionalen Sicherheit nach Validierung sicherheitsrelevanter Parameter und ohne Validierung der Sicherheitsfunktion. Wir bestätigen Valid mit der rechten Pfeiltaste. Nun werden uns die sicherheitsrelevanten Parameter angezeigt. Wenn ein Parameter korrigiert werden muss, können Sie durch Drücken der linken Pfeiltaste den Assistenten verlassen und den Parameter korrigieren. S1 Primärvariable Druck. Durch Drücken der rechten Pfeiltaste schalten wir zum nächsten Parameter. S2 Dämpfungswert Pfeiltaste nach rechts S3 Messende Pfeiltaste nach rechts S4 Messanfang Pfeiltaste nach rechts S5 Anwendung Druck Pfeiltaste nach rechts S6 Überlastverhalten Pfeiltaste nach rechts S7 Obere Sättigungsgrenze Nach nochmaligen Drücken der rechten Pfeiltaste erscheint das Fenster Confirm. Um die Validierung der sicherheitsrelevanten Parameter abzuschließen, bestätigen Sie mit Yes. Yes. Nun befinden wir uns im Fenster Funktion Test Skip. Wir haben die Auswahl zwischen Skip und Start. Bei der Auswahl von Skip überspringen Sie den Funktionstest und aktivieren die funktionale Sicherheit ohne Validierung der Sicherheitsfunktion. Das entspricht Nummer 2. Um die Sicherheitsfunktion zu validieren, starten Sie den Funktionstest mit Start. Wir betätigen die rechte Pfeiltaste. Function Safety Funkt erscheint. Wenn Sie die Sicherheitsfunktion erfolgreich validiert haben, starten Sie den Assistenten erneut und wählen Sie Passed. Das Gerät befindet sich im Gerätemodus Funktionale Sicherheit aktiviert. Im Display erscheint nun DSABL für Disable. Der Assistent kann nun zur Deaktivierung der funktionalen Sicherheit verwendet werden. Wir wechseln mit der linken Pfeiltaste in die Messwertansicht. Das Symbol SEAL wird auf dem Display eingeblendet. Nun haben wir eine SEAL in Betriebnahme durchgeführt. In den folgenden Schritten verändern wir den Druck, um einen sicherheitsrelevanten Gerätefehler zu verursachen. Ich verändere nun den Druck. Sobald der Strom in die Sättigung geht, erscheint nach NE107 das Symbol Dreieck mit Fragezeichen für außerhalb der Spezifikation. Abwechselnd mit P1 erscheint die Info CP. CP steht für Schleifenstrom in Sättigung. Diese und weitergehende Informationen erhalten Sie im Handbuch im Kapitel Diagnosemeldungen. Erhöhe ich den Druck weiter, erscheint das NE107 Symbol Kreis mit Kreuz, das für den Gerätezustand Ausfall steht. Bei Info erscheint SU, sicherheitsrelevanter Gerätefehler. Der Strom ist kleiner als 3,55 mA. Nun quittieren wir den sicherheitsrelevanten Fehler über den Parameter 29. Funktionale Sicherheit. Pfeiltaste rechts. Acknowledge Error. Pfeiltaste runter. Yes. Das Gerät startet neu. Wie Sie sehen, ist Ziel deaktiviert. Nun ändern wir den Parameter 36, Overload Behavior von Alarm auf Warning. Ich gebe die PIN ein, 1, 9, 0, 0, 0 und ändere von Alarm auf Warning. Bestätige mit der rechten Pfeiltaste. Mit der Pfeiltaste nach oben gehen wir zu Parameter ID 29, dem Assistent Functional Safety. Wir drücken die Pfeiltaste rechts. Wieder wird der Display-Test durchgeführt. Wir validieren die Sicherheitsrelevanten Parameter S1 bis S7 und bestätigen mit der rechten Pfeiltaste. Zuvor haben wir die Nummer 1, Aktivierung der funktionalen Sicherheit nach Validierung sicherheitsrelevanter Parameter und Sicherheitsfunktion durchgeführt. Jetzt wollen wir Nummer 2, Aktivieren der funktionalen Sicherheit nach Validierung sicherheitsrelevanter Parameter und ohne Validierung der Sicherheitsfunktion durchführen und bestätigen mit der rechten Pfeiltaste Skip Function Test. Das Gerät befindet sich im Gerätemodus Funktionale Sicherheit aktiviert. Im Display erscheint nun die SABL Disable. Der Assistent kann nun zur Deaktivierung der funktionalen Sicherheit verwendet werden. Wir wechseln mit der linken Pfeiltaste in die Messwertansicht. Das Symbol Ziel wird auf dem Display eingeblendet. Wie zuvor erhöhen wir den Druck. Das NE107 Symbol Dreieck mit Fragezeichen erscheint. Unter Info erscheint CP Stromausgang in Sättigung. Erhöhe ich den Druck weiter, wechselt die Diagnosemeldung auf CU. Dies bedeutet PV-Status unsicher. Der Wert liegt außerhalb des physikalischen Sensorbereichs. Der Ausgangsstrom bleibt aber in Sättigung. Bei 20,5 mA. Wenn ich den Druck reduziere und wieder im gültigen Messbereich bin, misst das Gerät. Somit sind mit der Einstellung Warning beim Parameter 36 Overload Behavior Kaskadenmessungen möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie im Warning Modus geeignete Maßnahmen treffen müssen, um eine Überlastung der Messzelle zu verhindern. Herzlichen Dank, dass Sie am Tutorial Citrans P320 P420 Zielinbetriebnahme teilgenommen haben.